gut so macht trotzdem spaß oh lol Geld schon wieder ne Beschwörung oder was ist das die brühen ein Zaubertrank das Viecher und nix wurde getroffen doch ein bisschen gold und ich renne da auch noch durch ey bin ich doof ja 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 das war so klar ein genau has�loch Pam Tod abenteuerliche adlerkugel wir sind soeben in tristram eingetroffen und ich muss sagen dass ich ein wenig bestürzt wenn diesen ort kann ich nur als provinziell beschreiben voll von bauern tölpeln und einem alten baufälligen kloster dass dem könig von kanduras ich verstehe einfach nicht warum lazarus so darauf bestanden hat dass dies unser neuer regierungssitz wird was habe ich gekriegt was da los was da los 9 fps tv ich habe durchgehend rechtlich hätte ich auch gern alter die dritte richtig gut ich hoffe die gegner kommen ja ja der scheiß ersatz pc brauchen wir diese woche kommen mein mainboard und mein netzteil sonst schiebe ich echt mega stress vier wochen sind zu viel ruhe und ein schrein der hat also ich finde den dp jetzt besser habe ich habe ich habe den überhaupt noch den ab und so gut falsch ups ein übler krankhafter schatten hat sich über das anwesen gelegt dass wir nun unser heim der junge albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen wohnstädte zu füllen vielleicht leide ich einfach nur an einem ungleichgewicht des gemüts hervorgerufen durch den kürzlichen umgebungswechsel mal nach unten gucken was da so ist speicherpunkt nur sachen h besser als gar nix jub ruhe was tür man mal diese tür menschen die öffnet sich aber cool die mich auch geöffnet dr ich kann erst zu den anrufen nö und doch doch künftig ich glaube wirklich wir sollten umdrehen und auffüllen ja genau so ich auch haben wir irgendwie Laufbuff oder so kommen wir so schnell vor Haben wir irgendwie so einen Flugball? Da kommt man nicht wieder.